Die Musik Sie sind jetzt gleich, die haben sich jetzt auf die Musik Die ist nicht ganz leid, die wo man das Geld erschießen muss, weil ich noch ausstehe. Musik Jetzt wird es sagen, kommt die Fahne von Hochhauten nach Uli, wo Karl und Kappelschleck und Regierungsamt Beatirc übergeben und Beatirc seines Zeichens. Und die Fahne weiter an Maria Christen, der Wahlleuterin aus Helferthal und der Lehrstudentin, wer sich die Fahne entgegengt. Die Fahne